Tage der Ermutigung. Maria Prehan und ich werden zusammen am 22. bis zum 26. März die Tage der Ermutigung machen. Leider konnten wir nicht nach Österreich einreisen, weder wir aus Deutschland noch Maria aus Uganda. Und wir haben uns entschieden, dass wir diese Tage der Ermutigung öffentlich machen über YouTube. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein bei diesen Tagen, wo Gott in deinem Leben sprechen wird. Wir leben in einer Zeit, wo Entmutigung und Angst herrscht. Und wir brauchen so sehr die Tage der Ermutigung, die Worte Gottes, die Worte von Jesus Christus, dem Ermutiger selber. Und wir wollen diese Tage nehmen, jeweils morgens und abends eine Botschaft zu hören, für diese Zeit, die heute dran ist, um dich zu ermutigen, genau in diesen schwierigen Zeiten. Amen.